So, wir haben jetzt gerade noch mal Zeit gefunden, die einige Osatosa jetzt mal zu fotografieren und führen. Die werden, ich weiß nicht, ob die jetzt schon auf der Webseite sind, die Adresse darunter steht unten in der Beschreibung. Neben uns war hier Hiroshi Ogata, hat auch auf die Fische noch mal drauf geschaut. Alles super Fische, ich freue mich darüber, ich hoffe ihr auch. Bis dahin, danke sehr und tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.